Wie du deine intrinsische Motivation erhöhst und verdoppelst oder verdreifachst. Ja Leute, in diesem Video geht es um das Thema intrinsische Motivation. Für diejenigen, die das nicht sagt, was ist intrinsische Motivation? Intrinsische Motivation ist eine Motivation, die von innen heraus kommt. Bedeutet also eine Sache, die uns motiviert, die uns selbst motiviert. Bedeutet also, wir machen das Ganze, um Spaß zu haben, um ein Ziel zu erreichen, was wir uns selbst gesteckt haben und so weiter. Das ist intrinsische Motivation. Das Gegenstück dazu ist natürlich extrinsische Motivation. Und das ist eben die Motivation, die uns entweder motiviert, Freude zu gewinnen oder Schmerzen zu vermeiden. Also eine Belohnung zu haben oder Schmerzen zu vermeiden. Und darüber geht es jetzt aber nicht. In diesem Video geht es um intrinsische Motivation. Wie kannst du deine intrinsische Motivation erhöhen? Ganz einfach, indem du ein Ziel hast, oder indem du einer Sache nachgehst, für die du eine Leidenschaft hast. Sobald du anfängst, eine Leidenschaft zu haben, wird deine intrinsische Motivation so stark werden, dass du alles dafür tust, um eben dort erfolgreich zu werden. Das heißt, du bist hoch motiviert, weil es von innen heraus kommt. Und das Ganze nennt sich intrinsische Motivation. Und der leichteste Weg dahin ist eben, eine Sache zu tun, für die du eine starke Leidenschaft entwickelst. Denn wann immer du eine starke Leidenschaft hast, wirst du der Beste in deinem Bereich. Du wirst unglaublich gut werden, weil du wirklich motiviert bist. Und das sieht man eben auch bei Menschen. Ob ein Mensch von extern motiviert ist oder intern motiviert ist, das macht letztendlich den Erfolg aus. Und ich garantiere dir, intrinsische Motivation ist unglaublich stark. Und alles, was du dafür haben musst, ist eine Leidenschaft. Und wenn dir jetzt dieses Video gefallen hat, kann ich dir meine 4-Schritte-Erfolgsformel mit an die Hand geben, mit der du unter anderem deine intrinsische Motivation sehr stark erhöhen wirst. Mit dieser 4-Schritte-Erfolgsformel habe ich es vom damals 23-jährigen Fließbandarbeiter zum erfolgreichen Internetunternehmer mit einem Millionen-Internet-Business geschafft. Und alles, was du dafür tun musst, um diese 4-Schritte-Erfolgsformel kostenlos von mir zu erhalten, ist hier unter diesem Video in der Videobeschreibung auf den ersten Link zu klicken. Und dort kannst du dir kostenlos meine 4-Schritte-Erfolgsformel downloaden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann tu mir bitte einen Gefallen. Gib dem Video einen Daumen hoch bzw. like das Video. Abonniere meinen YouTube-Channel bzw. meine Facebook-Page. Das kannst du hier unten tun, je nachdem, wo du dich befindest. Und zu guter allerletzt, schreibe mir einen Kommentar, was dir besonders gut gefallen hat, was für Anmerkungen du hast, was für Fragen du hast usw. usf. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao, dein Chris Steyr.